Tadadadadada! Ok, ähhh... Antique Tableware? Ok, das heißt mein Hund kann das ja bestimmt suchen ne? Wenn du schon macht das vorher. Bestimmt. Ich nehme dich nicht. Wurde ich einfach nur die mitkriegen... Scheiße. das habe ich beim erkunden gesucht also das geht schon das könnte ja schon anfangen wenn ihr wollt oder euch schon mal ein bisschen vorbereiten musste hier aber ich glaube das müssen wir müssen hier runter genau irgendwo wo ist denn mal der fluss ja genau hier zum fluss war das und irgendwo ist hier eine tür da so und hier hier ist es nicht man das ist immer so ein kackorten ich dachte dahinter wäre was habe ich mir eigentlich den ort extra gemerkt oder so und was ist hier kann man bei kurvi moment ja dann gehen wir zu kurvi ok hier haben wir noch ein paar dinge zum sammeln ja genau hier ist dieser eingang boah ich hasse das du musst doch nur oben genau hier in der bombe ich kann noch keine sehen genau ich habe ich nicht weil bei mir wird das doch habe ich ok habe ich das ist ein guter start hast du nicht überall eins rausgekriegt oder wie dort habe ich habe ich ja ganz gut so ich habe die alle auf dem map eingetragen sind ja einige stellen aber die sind immer so ein bisschen versteckt versteckt so so das heißt jagen wir blood orange mit satan verbindungsfehler ja gut einfach wieder reinkommen ich bin froh dass das hier geht ich bin froh dass das hier geht ey wobei ich glaube hier kämpft man auch alleine weiter ne naja und dann wäre einfach pech boah ey wenn ich jetzt ähm erleben zu ne ne sag ja pech ja ist ja ok also so ist es in der ultimate auch gewesen ist halt furchtbar ey nur weil da ist noch das doofe das finde ich sehr beschrift und gemerkt ähm dass wenn du ähm wenn du halt alleine wenn du da sagen wir mal zu viel reingehst dann kannst du halt nur kannst du keine katzen mehr nehmen und du dann plötzlich disconnected dann bist du da alleine ohne katze das stimmt was dumm ist weil du halt jetzt ja jetzt quasi wie alleine wärst das ist ja echt ultra klein kann man das mal so froh oder ist der echt ultra klein keine ahnung kann man das nicht ne ich hab zwei ähm ich meine katzen ich meine ne gen ultimate war das ja du hattest ja da äh konntest ja mal ne katze mitnehmen aber wenn wir zu viert waren ging das ja nicht und das ist ja das dann hat das ja wenn man so viel also zu dritt waren konnte es ja keine katzen mehr mitnehmen und es war immer richtig furchtbar ganz alleine war es ohne begleitung ich kann nicht beitreten weil ich die belohnung schon anscheinend habe steht hier wie hast du die quest denn beendet dass ich zurück zur stadt gehe oder das heißt es gibt zwei möglichkeiten also entweder beendet also bist du halt auch also quasi aufgegeben oder so oder also bist du rausgegangen nicht nicht aufgegeben das andere ja dann hast du die quest quasi abgeschossen so okay das ist nicht gut ja gut wusste ich nicht mehr wangen wir also wenn ihr disconnect habt immer ab aufgeben weil sonst ist die questzeit für euch als da habt ihr halt abgeschossen das ist dann halt ungünstig ja gut ne ne wasser okay ich denke ich nutze hat auf toilette bis gleich bis gleich das war eine rauchen sollen wir auch so lange kurz warten ist eine kleine kohle krass kam ja auch echt kein vorkommen darauf geachtet er ist das ist so keine ahnung durch das ja die ganze so riesige vier jahren wir müssen hier Nein, ich will den Kampf fertig haben. Deswegen... Ne. Na, ey. Na, ey. Na, 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 na. Na, 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 na. 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 Hehehe, wie das er aussah. Ja, was ich gebrauchen? Sehr schön. Ein Bein auf andere Filme. Mhm. Was war das denn für ein Horn? Fangen wir. Heile, krass. Das war ja, äh, fand ja weird. So, dann erwerfen. Oh, größte so ein Klavier. Mhm. Ich kann ja auch öfters einfach diese Teleporter nutzen, statt immer abzuhauen und dann schnell reisen. Ja, er war die Trosten, glaube ich, nicht so. Ja, kann man immer wieder nicht verlaufen. Ach, nee, war das, äh, das andere Lager, lol. Oh, ich hab, äh, das andere Lager ausgewählt. War, äh, nicht gerade mit der Absicht. Ich glaube, ich bin... Das ist aber, glaube ich, sogar leer. Ach so, Telep... Ach so, das bringt einen zum... Ja, genau, ich hab den Teleporter genutzt. Ah, das bringt einen zum nächsten. Okay, nee, Moment, ich möchte... Einmal, genau, zum Hauptlager hin. Weil ich hab, äh, Ding jetzt vergessen. Die Tränke? Ja, genau. Hast du zu Donner gewechselt? Aber du kannst auch beim Wasser bleiben können, aber... Nein, ich hab nichts gewechselt. Ah, Donner macht ein Ding mehr Schaden. Oh, Mann. Hast du mich mit? Schlechte Zeit. Ja, hab sich aber direkt gelohnt. Das ist, äh, gelohnt. Perfekt. Ich bin sogar noch rechtzeitig gekommen. Äh, 6 oder 14. Also, ich glaube zumindest, äh, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir das bisher genutzt haben. Hey, was war... Okay, das hab ich null verstanden. Was denn? Ich hab's anvisiert, hab Y gedrückt, plötzlich geht er in die ganz andere Richtung. Die Kamera ist komplett rum. Und ich voll einfach runter. Geeggeng. W 581recской kunstern am Rinal ultim. Die zweite Mal, die Pläne er fahm er. Feucht ihnig. Du meisten. Klar, guesend. Aber er nehme ich mit Theos скорее khait. Weil er wahrscheinlich seinen ganzen Fluss rauslassen kann. Haha, cool. Ich hab Theos dakräfte auch schon mehr zu jemals machen. Ja, ja. Wieso? Mann, das Ehrwerk durch das Konzert. Ja mei. Was ist jetzt? Ja. Ich sag ja, die Kamera ist da nicht besonders gut. Aber Kirby kann sogar auf Großschwert wechseln, nur für den Kopf tief und dann fangen wir dann ganz viele Bomben hin und dann einfach One-Hit. Einfach One-Hit. Das geht einfach nur One-Hit. Das ist jetzt nicht eine Idee, Kirby. Wir machen das Unmögliche möglich. Keine Ehrwerk. Komm mal. Naah, blöde Pisa. Moment mal, dich nehm ich mit. Zeröffnung ist ne Idee, wenn Schlaf klappt. I try my best. Aber gut, der ist ja am Anfang erstmal noch recht friedlich. Hier kommt die Pain. My. Weißt du was, weißt du was, was hab ich denn jetzt gesehen? Hat er nicht irgendwie nach vorne ein Feuer herbeigeschossen? Also vielleicht hab ich auch nicht... Oh, jetzt fangen wir mal. Oh, das ist ein Exemplar. Krass. Ich sag ja, da kriegen wir ja auch die ganzen Kronen ready. Kleine Krone sogar. Sehr schön. Sogar, ich glaub ich, ist ja nicht die zweite an der Quest. Das ist krass, ne? Haribo verpasst die alle. Das ist richtig. Haribo sollte öfters das connecten. Mich würde das tatsächlich echt ärgern, ey. Mich würde das tatsächlich echt ärgern, ey. Wenn man zwei Kronen verpasst, ist schon irgendwie in einer Quest vor allem. Der ist fast so wie die Krone, die du letztens in Folge verpasst hast. Ja, das ist richtig. Aber gut, ich muss sagen, da würde es mich noch mehr ärgern, weil Haribo ist ja selber schuld, dass er nicht mal nachfragen konnte. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. So. Habe ich dir das Feuer noch nicht an? Ah, ich bin in der Nähe. Kirby ist... Kirby eigentlich. Was? Sieht mich schon krass. Kirby ist direkt bei dir. Ach, deswegen sag ich ihn auf der Karte. So schnell. Wie sehr würdest du dich opfern, wenn wir die Dinger an den Kopf packen und du einfach voll drauf haust? Achso, du willst die da ja... Okay, dann machen wir das so. Moment, dann kann ich noch kurz. Aber gut, wir brauchen ja immer so ein bisschen diesen Schlag aufladen. Okay. Das ist der Ende! Äh, okay. Haha. Rettet direkt erstmal weg. Schade, dass Fallen nicht gehen. Dann wäre dann noch so ein richtig cooler Überdinges, ey. Ja. Dann wäre dann direkt die nächste Falle und Falle und Falle. Eins auf mich, dass noch nicht weitergegangen ist. Ja, da können wir den Ogre und den Käfer gesehen, der da lag. Boah. Barrelbomb? Witzig. Stimmt, das war ja dieses Gebiet hier, wo das immer wieder fast geht. Bist, das war doch哪ig. Ja, nice-nice. Ja, das war die Schlag auf dich drin. Ich hab die Nürnke gegessen, dass ich ein Eier nehmen kann. Oh, schau. Komm her. Oh, das ist so gut. Oh, das ist so gut. 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 Ah, hellen wir ja nie. Ich würde so jemand nicht mal sagen. Ach, der fällt wieder hin. Sehr schön. Okay, hört wohl ab. Ja. Äh, bbbbbbbb. Dein Hund, komm her. Dann schärfen wir einmal kurz die Waffe. Und äh, essen Schmetterlinge. Bomben. Das war's für heute. Das war's für heute. Hier runter wieder. Also ich geh zu drei. Ich geh zu drei. Der ist nur da hochgesprungen. Als ob er da quer durch den... Belastend ey. Ich kann nicht warten, wenn wir ihn durchziehen. Ich kann nicht warten, wenn wir ihn durchziehen. Oh, du hast es gebrochen. Oh, ich glaube, das hat gerade meinen Fehler korrigiert. Ja, das war's für heute. Ich habe gerade wieder eine Spinnerei. Oh, das ist tot. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Ich glaube, wenn wir Gruppenheilung sagen, um eine Gruppenheilung rauszuhauen, ist glaube ich Gruppenheilung nicht... Das ist doch richtig. Das ist das richtige Wort. Das ist das richtige Wort zu einer Gruppenhaltung zu fragen, aber gut. Da ist er down. Oh, schon wieder ein Update bei mir. Klasse. Ich sag doch, es regnet Kronen, wenn ein Haribo nicht da ist. Ich weiß nicht, ob so Kronen... Ne, wahrscheinlich nicht dann... Also ich glaube, ein Update war es bei allen bisher. Ja. Und bei zwei eine Kronen, ey. Guck mal, bei Theostra. Weißt du, wo ist eine Kronen? Aber ich glaube, Theostra hatte ich... Ich bin mir nicht sicher, war schon ein Fölk. Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht. I don't care. I don't care. Ich schalte gar nicht meine Rote aus. Nein, kannst du mitmachen, Haribo. Das stimmt, das war der Letzte. Ich denke die ganze Zeit, ja jetzt der Nächste und so. Ich habe gerade noch ein Steak gegessen, deswegen. Achso, hörst du wie Sie... Achso, ne hörst du nicht. Siegesmusik. Nee. Bei Naribo kannst du ja beim Kronen jagen, dann machen wir das wieder so. Da kannst du... Wenn ich die Kronen sagen... Jetzt ist es okay, jetzt darfst du nur an den Jagden mitmachen.